Hallo ihr wunderbare Menschen, ich möchte heute gerne mit euch über schriftliche Division sprechen. Also, wie teile ich eine Zahl durch eine andere? Das kennt ihr mit Sicherheit schon. Division ganz allgemein, zum Beispiel nehmen wir mal die Aufgabe 20 geteilt durch 4. Das wisst ihr alle, wie das funktioniert. Aber wir stellen uns mal ganz kurz die Fragen, warum wissen wir das eigentlich? Und zwar, habt ihr wahrscheinlich gelernt, heißt 20 geteilt durch 4 ja eigentlich nichts anderes als Wie viel bekomme ich, wenn ich die 20 in 4 gleich große Teile aufteile? Machen wir das doch einfach mal. Wir nehmen unsere 20 und teilen die in 4 Gruppen auf. Ihr kennt das Beispiel mit Gummibärchen, Murmeln, keine Ahnung was. Ihr habt 20 und wollt das auf 4 Gruppen aufteilen. Machen wir das nochmal. So, wir bedienen jede Gruppe. Einmal in jede Gruppe, nochmal in jede Gruppe, nochmal in jede Gruppe, nochmal in jede Gruppe, nochmal in jede Gruppe. Und wie viel sind jetzt, wenn wir diese 20 in 4 Gruppen aufgeteilt haben? Klar, 5. Wir wissen also die Lösung, 20 geteilt durch 4 ist 5. Ich möchte euch aus Gründen eine andere Frage, außer diese Wie viel bekomme ich, wenn ich die 20 in 4 gleich große Teile aufteile, vorstellen. Und diese andere Frage bringt das gleiche Ergebnis, nämlich Wie oft passt die 4 in die 20? Diese Frage wird gleich nochmal sehr wichtig. Und deswegen möchte ich sie euch einmal kurz erklären, wie sie funktioniert. Und zwar nehmen wir nochmal unsere 20. Und diese 20, schauen wir jetzt mal, wie oft passt die 4 in diese 20 rein. Einmal, nochmal, 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 nochmal. Wir haben jetzt also 5 mal die 4 in die 20 reingepackt. Also 20 geteilt durch 4 gleich 5. So, was hat das Ganze mit schriftlicher Division zu tun? Ich will es euch erklären. Und zwar möchten wir mal eine Divisionsaufgabe machen, die wir nicht im Kopf können. Das wäre zu viel. Aber diese erste Frage, die ich euch jetzt gerade gestellt habe, Die, oder diese Frage, die ich euch gerade gestellt habe, Die wird jetzt gleich wichtig. Denn, wenn wir schriftlich dividieren wollen, Gehen wir jedes Mal 4 mal den gleichen Schritt durch, Immer und immer wieder, bis wir fertig sind. Und wenn ihr diese 4 Schritte könnt, könnt ihr schriftliche Division. Und diese Frage, die wir gerade hatten, die kommt jetzt wieder. Wie oft passt die in die hmm? Und da gucken wir mal. Wir haben hier die 3. Und wir fragen uns jetzt, wie oft passt diese 3 in die, Und wir fangen vorne an, 7. Das ist wichtig. Wie oft passt die 3 in die 7? Na, die Antwort wissen wir. Die 3 passt genau 2 mal in die 7. Und diese 2, die schreiben wir jetzt ins Ergebnis. Zap, da ist sie. Das war schon der erste Schritt. Wie oft passt die 3 in die 7? 2 mal. Da steht die 2. Jetzt kommt der zweite Schritt. Und den nenne ich immer gerne zurückrechnen. H mal H ist H. Und zwar machen wir jetzt nichts anderes, als dass wir uns fragen. 2 mal die Zahl, durch die wir gerade geteilt haben, ist was? 2 mal 3, könnt ihr alle, ist 6. Und dieses Ergebnis schreiben wir jetzt hier drunter. Da kommt jetzt die 6 hin. Also 2 mal 3 ist 6. Und diese 6 wird einfach da drunter geschrieben. Dann kommt der dritte Schritt. Und der ist subtrahieren. Subtrahieren können wir. Wir fragen uns nämlich einfach, wie viel ist es von der 6 bis zu 7? 7, das wisst ihr hoffentlich alle, das ist nämlich eine 1. Und das war der dritte Schritt. Und der vierte Schritt ist der letzte und einfachste von allen. Der heißt nämlich, nächste Zahl runterholen. Mit nächster Zahl ist jetzt hier die 3 gemeint. Mit der 7 haben wir ja gerade schon gearbeitet. Und jetzt wollen wir mit dieser 3 weitergehen. Und deswegen muss diese 3 runtergeholt werden und daneben geschrieben werden. Und jetzt haben wir da eine neue Zahl stehen. Und diese neue Zahl heißt 13. Und jetzt wiederholen wir die Schritte 1 bis 4 einfach wieder. Wir fangen also wieder bei der 1 an. Wir fragen uns also wieder, wie oft passt die 3 jetzt in die neu entstandene Zahl, die 13? Und das, was dabei rauskommt, muss ins Ergebnis. Naja, die 3 passt genau 4 mal in die 13. Und deswegen kommt die 4 ins Ergebnis. Jetzt kommt der nächste Schritt. Zurückrechnen. Die neue Zahl, die wir gerade hingeschrieben haben. 4 mal 3 ist, wer weiß es? Richtig, 12. Dann kommt Schritt 3. Von der 12 bis zur 13 ist es 1. Und letzter Schritt. Nächste Zahl runterholen. Das wird jetzt die 7. Und da ist sie auch schon. Und wieder bei 1 von vorne anfangen. Wir fragen uns also, wie oft passt die 3 in die 17? 3, 6, 9, 12, 15. 18 wird schon nicht mehr gehen. Also wir gehen gerade die 3er Reihe so im Kopf hoch. 18 würde nicht mehr gehen. Aber die 15 geht noch. Also scheint es 5 mal zu sein. Zurückrechnen. 5 mal 3 ist 15. Und die 15 wird jetzt da drunter geschrieben. Punkt 3. Subtrahieren. Von der 15 bis zur 17 sind es 2. Und letzter Schritt. Nächste Zahl runterholen. Das ist die 1. Und dann sind wir bei einer neuen Zahl. Nämlich 21. Und das ist jetzt auch die letzte Zahl. Wenn wir Glück haben, haben wir richtig gerechnet. Und wir sind gleich fertig. Also machen wir alle Schritte nochmal. Ich bin mir sicher inzwischen, versteht ihr die Schritte schon und könnt sie schon. Wenn nicht, springt mit der Kapitelmarke nochmal zurück. Und guckt euch den Teil nochmal von Anfang an an. Also, wie oft passt die 3 in die 21? Die Antwort ist 7. Die 7 kommt ab ins Ergebnis. Zurückrechnen. 7 mal 3 ist 21. Richtig. Das kommt da unten hin. Subtrahieren. Von der 21 bis zur 21 ist es 0. Und weil, wenn wir da ein 0 da stehen haben, können wir uns sicher sein, wir sind fertig und können aufhören zu rechnen. Das Ergebnis lautet also 2457. So. Wie gesagt, wenn ihr das jetzt noch nicht so schnell verstanden habt, überhaupt kein Problem. Springt einfach mit der Kapitelmarke nochmal zurück und guckt euch die ganze Sache nochmal an. Wir machen ein zweites Beispiel. Und wir lassen uns die Regeln mal da oben. Aber wir sparen uns jetzt mal diese ganze Geschichte mit den Pfeilen. Ich glaube, wer jetzt weiter geguckt hat, der hat es verstanden. Und zwar machen wir mal etwas Größeres. Und zwar 4620 geteilt durch 12. Wir teilen durch eine zweistellige Zahl. Ja. Es gibt auch manchmal Situationen, da muss man durch zweistellige oder sogar noch größere Zahlen teilen. Und dann könnte es ein paar Probleme geben. Denn die 12er Reihe kann nicht jeder von uns auswendig. Kommen wir gleich zu. Aber wir gehen erstmal wieder die vier Schritte durch. Erster Schritt. Wie oft passt die 12 in die 4? Gar nicht. Die 12 ist größer als die 4. Und das funktioniert nicht. Und das ist jetzt etwas, das müsst ihr wissen, lernen, verstehen und anwenden. Wenn wir so eine Situation haben, dass da oben steht, 12 ist größer als die erste Zahl, dann müssen wir ganz einfach die ersten beiden Zahlen nehmen. Also die 4 alleine hat nicht funktioniert, aber die 46 wird funktionieren. Und jetzt fragen wir uns, wie oft passt die 12 in die 46? So, und für diejenigen, die die 12er Reihe nicht können. Aber, ihr werdet nicht hier, wenn ihr nicht die 12er Reihe mit ein bisschen Nachdenken aufschreiben könntet. Machen wir uns einfach mal einen kleinen Spieker. Wir machen uns da einen Spieker, indem wir uns die 12er Reihe aufschreiben. Das ist erlaubt. Das ist völlig in Ordnung. Keiner von euch muss die 12er oder irgendwelche anderen Reihen im Kopf haben. So, und jetzt können wir die 12er Reihe durchgucken und stellen fest, okay, die 48 ist zu groß. Also nehmen wir die nächst kleinere Zahl, das ist die 36. Also passt sie scheinbar dreimal rein. Schritt 2, zurückrechnen, 3 mal 12. So, 3 mal 12, das ist einfach, denn 3 mal 12 steht ja in unserer Reihe, ist 36. Von der 36 bis zur 46 sind es 10. Nächste Zahl runterholen, das ist die 2. Und wir können weitermachen. Nämlich, wie oft passt die 12 in die 102? Zum Glück haben wir jetzt ja unsere 12er Reihe da aufgeschrieben. Und die 12er Reihe da sagt scheinbar 8 mal. Denn 8 mal 12, zurückrechnen, Schritt 2, ist 96. Schritt 3, von der 96 bis zur 102 sind es 6. Schritt 4, nächste Zahl runterholen, das ist ein 10. Und wir fragen uns weiter, wie oft passt die 12 in die 60? Entweder wisst ihr es oder ihr könnt in eurer Spiekreiere nachgucken. Das ist 5 mal. Schritt 2, zurückrechnen, 5 mal 12 ist 60. Und 60 minus 60 ist 0. Wir sind wieder bei der 0 angekommen. Das heißt, das Ergebnis ist offensichtlich 385. Also, merkt euch bitte diese 4 Schritte. Und merkt euch, dass ihr diese 4 Schritte so lange immer wiederholt, bis ihr bei der 0 angekommen seid. Und dann ist schriftliches Dividieren überhaupt kein Problem. Und zur Not könnt ihr euch ja, wie gesagt, hier zu Hilfe die Reihe, durch die ihr gerade teilt, einmal aufschreiben. Dann kriegt ihr das ohne Probleme hin. Okay, das war's für heute. Macht's gut. Tschüss.